Bhagavad-Gita, erster Gesang, Arjunas Verzweiflung, Vishad-Yoga, König Dhritarashtra fragte, Vers 1, Was Taten auf dem Kuru-Feld, O Sanjaya, im Heiligen Land, die meinen und die Pandavas, von heißer Kampfbegier entbrannt? Der Erzähler Sanjaya sprach, Vers 2, Als er nun zur Entscheidungsschlacht die Pandavas gerüstet sah, trat zu dem edlen Meister dann und sprach König Duryodhana, Vers 3, Sieh, wie der Pandu-Söhne-Heer sich dort in seinen Rhein rührt, von deinem Schüler Trubatars verständigtem Sohne angeführt. Vers 4 Dort stehen der Helden viel im Kampf, dem Bhima gleich und Arjuna, Virata, Jojodhana und der Wagenkämpfer Trubata. Vers 5 Dort, Prishtaketu, Cekitan und Kajis vielgewaltiger Herr, bei Kundiboja Purujit, Sheibya, der Männer Edelster, der tapfere Judamanyu dort und Utamaujas Heldenkraft, die Schobatras und Trobatars, gewaltge Krieger, tugendhaft. Vers 7 Doch auch unseren Rhein künd' ich jetzt, o trefflichster Brahman, auf, dass du sie wohl kennen mögst, die Tapfersten der Führer an. Vers 8 Vers 8 Vers 8 Vers 9 Vers 10 Vers 10 Vers 10 Vers 10 Vers 10 Vers 10 ertrönten plötzlich, allzumal, der Kurokrieger her entlang. Vers 14 Auch von Arjunas Wagen her erklang der heilgen Muschelnton, geblasen von dem Madhava und von des Pandu edlem Sohn. Vers 15 Das Panchajanya Krishna blies, das Devadata Arjuna, das Paundra-Klang ertönen ließ, der tapfere Vrikodara. Vers 16 Der Kuntis Sohn Yudhishthira blies das Anantavijaya, Sugosha blies dort Nakula, sein Bruder Mani Pushpaka. Vers 17 Auch Kajis Bogenkundger Herr, Shikandi groß im Wagenstreit, Virata trishtat Yumna auch, und Sadjaki zum Kampf bereit. Vers 18 Und Trubata und Trobatis, o Herr, mächtige Kinder all, und Subatras starkarmiger Sohn entsandten ihrer Hörner Schall. Vers 19 Und Erd und Himmel heilten laut, zurück von dem gewaltigen Klang, der in der Tritarashtra Herz mutraubend, sinnbetürend drang. Vers 20 Arjuna sah des Gegners rein und nahm den Bogen auf zum Streit. Unter dem Banner Hanumans war jeder Pfeil zum Schuss bereit. Vers 21 Dann sprach des Pan, du würdiger Sohn, den Herrn der Sinne, Krishna an. Arjuna sprach, In beider Mitte Heere, Halt, Unfehlbarer, jetzt mein Gespann. Vers 22 Auf das von da ich mustere, der kampfbegierdigen Gegner macht, mit denen ich am heutigen Tag soll schlagen die Entscheidungsschlacht. Vers 23 Denn kampfesmutig sehe ich sie, die dort mit Pfeilen uns bedrohen, willfahrend jenem törichten, den verruchten Tritarashtra Sohn. Der Erzähler Sanjaya sprach. Vers 24 Als zu ihm so Arjuna sprach, da hemmte Krishna das Gespann und hielt zwischen der Heere Raum den Besten aller Wagen an. Vers 25 Dabishma er und Drona sah und all die Großen dieser Welt, sprach er, Sieh nur, o Britas Sohn, der Kuru rein, sind aufgestellt. Vers 26 Als sich der Held dann umgewandt, um nach der Gegner Heer zu sehen, sah Brüderlehrer Freunde er in seiner Feindescharen stehen. Vers 27 Wie er nun die Verwandten dort in beiden Heeren Reihen sah, ergriff ein namenloses Leid das edle Herz des Arjuna. Arjuna sprach. Vers 28 Ach, dass ich Blutsverwandte sehe, voll Kampfbegier in Feindesrein, Raubt, o Krishna, die Besinnung mir, lässt meinen Mund ganz trocken sein. Vers 29 Die Knie wanken, Schauder fährt, mir durch den Körper unverwandt, mir glüht die Haut, der Bogen sinkt, zu Boden hin, aus meiner Hand. Vers 30 Von Leid umdüstert ist mein Sinn, Halt mich kaum aufrecht, noch hinfort. Kein Heil gewahr ich, Keshebar, wenn ich verübt, Verwandtenmord. Vers 31 Den Sieg erstrebe ich nicht mehr, und auch der Herrschaft Freuden nicht, was ist mir für der Königtum, was Lust, ja selbst des Lebens licht. Vers 32 Wenn die, um deret Willen ich, nach Reichtum und Genuss begehrt, mir Gegner sind im Bruderkampf, nicht achtend dieser Güter wert. Vers 33 Denn Lehrer, Väter, Söhne, ach, und ahnen werd ich dort gewahr, und öhme, schweher, Enkel selbst, und Schwäger in der Feinde schar. Vers 37 Janardan, jene töt' ich nicht, uns sollt' ich feilen, selbst es hält, nicht um der drei Welten Herrschaft nicht, um alle Güter dieser Welt. Vers 1.35 Wie könnten wir doch glücklich sein, wenn uns befleckt Verwandtenmord, Des Frevels Schuld vernichtet uns, erschlagen wir die Feinde dort. Vers 36 Nein, Tritarashtras Söhne schar, nicht töten darf sie unsere Hand, von Brudermordes Schuld bedrückt, hätt nimmer unser Glück bestand. Vers 37 Sind sie von Habgier auch betört, nicht ahnend ihrer Tatenwucht, des Brudermordes Gräueltat, des Freundesblutvergießens Frucht. Vers 38 Wie sollten wir, die Wissenden, nicht scheuen diese Freveltat, Danach des Stammes Untergang ein ganzes Heer von Übeln naht. Vers 39 Stirbt ein Geschlecht, so höret auf, als bald der Ahnenopfer Pflicht, und ruchlos wird der ganze Stamm, befolgt er Heilgebräuche nicht. Vers 40 Gerät die Satzung in Verfall, wankt auch der Frauen Sitzamkeit, wankt diese, macht Verwirrung sich, in allen Lebensständen breit. Vers 41 Dann gehen die Stammverderber selbst mit dem Geschlecht zur Höllenwelt, denn aus dem Himmel stürzt der Ahn, wenn's Mahnenopfer ganz entfällt. Vers 42 So durch des Stammesmörders Schuld wird Menschenpflicht gewiss verwischt, der heilige Familienbrauch, der ewig dauern soll, erlischt. Vers 43 Wer von den Menschen, Keshe war, die heilige Satzung nicht mehr ehrt, der, sagt die Überlieferung, gewisslich in die Hölle fährt. Vers 44 O weh des großen Frevels denn, wir auszüben sind bereit, dass wir aus dir nach Thron und Glück mit Blutsverwandten haben Streit. Vers 45 Das Beste wäre es für mich, wenn wehrlos ohne Widerstand Ich fiele in dem Kampfe jetzt durch eines Tritarashtras Hand. Der Erzähler Sanjaya sprach. Vers 46 Dann sank Arjuna Leid erfüllt, auf seines Wagens Sitz zurück. Der Bogen glitt ihm aus der Hand und Kram umflurte seinen Blick. Der Bogen glitt ihm aus der Hand